so 321 let's go hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen part von rogue company heute melde ich mich wieder vom pts server vom public test server von rogue company denn 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 es gab wieder einen high res showcase mit ziemlich vielen informationen und ja die werden wir hier heute in diesem kleinen video durchgehen so beginnen wir doch mit beginnen wir doch mit dem letzten mit der letzten großen neuheit sag ich mal in jahr eins von rock company und zwar wird es einen neuen agenten geben einen neuen rock hier eine neue agentin besser gesagt und zwar glimps die wir uns hier heute ansehen und ja fangen wir gleich mit ihr so glimps sehen wir uns mal die bio an als kind war glimps teil eines geheimen programms zur gen manipulation mithilfe gestohlener tarnungstechnologien gelang ihr schließlich die flucht aus der einrichtung in der sie gefangen gehalten wurde gezeichnet von diesem kindheitstrauma schwor sie sich die verantwortlichen dafür zur rechenschaft zu ziehen und befindet sich seitdem auf der jagd ja glimps wie hier schon gesagt sie ist oder war ein gen experiment das aber nicht so ganz nach plan verlaufen ist weil sie zu viele emotionen zeigte also eigentlich eine gute sache aber ja so von der klasse her ist sie ein spion spione stellen ihrem team informationen zu den standorten von gegnern zur verfügung genauso wie eben dallas oder auch sieker oder talon zum beispiel als fähigkeit sieht man hier tarnung aktiviere die tarnfunktion deines kampfanzugs und werde für gegner schwer zu erkennen solange du ausreichende energie hast du bist leichter zu erkennen wenn du dich schneller bewegst oder schaden erleidest ja das werden wir uns gleich in der shooting range ansehen dann hat sie noch als passive fähigkeit treckreich deine sinne sind dank gentechnik deutlich gestärkt so dass du in regelmäßigen abständen gegner in der nähe aufspüren kannst das ist so das ist so ein bisschen so ein spinnensinn wie spiderman ihn hat ja wenn wir eventuell auf der shooting range sehen ich weiß nicht ob es da funktioniert mal sehen aber ja was noch das arsenal gut das sehen wir uns auf der range an die extras auch hier die meisterungsbelohnungen sehen wir uns mal nochmal an hier das spray mega gutes spray finde ich richtig 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 nice und hier der meister avatar sieht auch richtig richtig schick aus das meister im mode ja gut hier sieht man die ist wirklich sehr beweglich das meisterungsbanner auch richtig richtig schön gestaltet und namen auch sehr schön und der titel flüstern im wind das ist auch so ein richtig richtig toller titel aber gut gehen wir mal auf die shooting range so los geht's so 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 genau ich habe dann gleich das war laut hier ist sie glämpfs okay schöne stimme ich habe dann auch gleich zur fähigkeit noch ein paar dinge zu sagen die in der fähigkeiten beschreibung nicht drin stehen was kein walk on jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht aber ja gut ja gut ja machen wir zuerst das loadout so hier sie startet mit der peak 12k die selber pistole die auch phantom hat oder auch talon zum beispiel oder auch runway obwohl man mit runway eigentlich fast nie mit der pistole spielt ich zumindest nicht weil ich ran mich aber auch nur selten in der modus wie rank spielt er da spiele ich eher so rogues mit dem ich auch gut umgehen kann aber ja gut sie hat die p12k dann das kukri das auch das auch castrell 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 hat so und dann startet sie mit einerseits mit der nightshade als sturmgewehr als auch mit der night als maschinenpistole ich nehme jetzt hier zuerst die nightshade mit äh dann hat sie noch eine semtext die kennt man schon als ähm extras hat sie flinke hände ja man kann schneller waffen wechseln und schneller nachladen äh jäger dieses extra ist ja im letzten update im umbra update mit umbra dazugekommen dadurch kann man ähm fußspuren sehen hole ich mir jetzt nicht weil das das würde einfach nur ablinken ja leise sohlen kennt man sofern du nicht springtest werden deine schrittgeräusche gedämpft kennt man pirschjäger jäger du wirst während des visierens nicht verlangsamt kennt man auch schon lebensablass wenn man gegner daunt beziehungsweise wenn man sie finischt bekommt ein bisschen leben zurück und trackerpatronen ja gut das den werde ich mir nicht holen ähm wenn man gegner anschießt werden sie halt für das ganze team aufgedeckt aufgedeckt ist ganz interessant ja und hier ist sie hier mit dem kukri ähm 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 das ist auf 4 mach ich auf c das tut mir jetzt wirklich leid aber ich habe jetzt nicht erwartet dass ich hier nichts machen kann ähm im letzten public test server waren die sachen hier eigentlich also die wirklich wichtigen sachen die man so wirklich braucht waren eigentlich äh auch ausgerüstet das tut mir jetzt leid ähm ähm hier nachladen auf r gadgets ja möglichkeit ist standardmäßig eigentlich auf q ähm 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 machen wir sooo ooo ooo oook oook oooook oook aaaaa ich schätze hier sollte eigentlich oook 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 gameplay brauche ich jetzt nicht unbedingt hier so ok gut das stelle ich noch kurz um so passt anwenden so ja nee so jetzt geht es ok hocken kann ich mich rennen kann ich rolle geht okay so sorry ich dachte wirklich dass es schon so eingestellt sein würde was es sonst eigentlich auch immer war sorry dafür aber jetzt sind wir hier um und ja hier sehen wir glimps hier die p12 k hier nochmal die nightshade eine richtig tolle waffe auch schallgenämpft wichtig zu erwähnen wie auch die night ab einem bestimmten upgrade das funktioniert alles gut und dann ich merke die sound sind auch irgendwie sehr laut hier effekt lautstärke machen wir 50 sprach lautstärke lassen wir so anwenden besser auf jeden fall besser so dann sehen wir uns doch gleich die fähigkeit an hier kuh mit der fähigkeit startet ihr ja tarn umhang sie trägt hier auch so einen schicken umhang oder poncho eher wie man hier sehen eventuell sehen kann der sehr sehr durchlässig und wenn man die fähigkeit aktiviert kommt so eine kleine energie leiste auf der linken seite halt eher auf der linken seite und die gedauern wenn sie leer ist wird sie revealed aber wenn man angeschossen wird dann das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen dann geht die anzeige auch runter das kann ich jetzt auf der na wobei vielleicht kann ich da in der zone hier drin zeigen aber sehen wir uns erstmal die fähigkeit an die lädt sich auch mit der zeit wieder auf hier ok es ist doch rechts und man sieht vielleicht hier hat man auch neben den zielen so ein paar punkte gesehen hier lädt sich die anzeige auch wieder auf ich aktiviere sie kurz wieder und wenn ich halt lässt da sieht man auch so einen kleinen strich und man kann die fähigkeit auch erst wieder aktivieren wenn dieser kleine strich erreicht ist aber dann ist die fähigkeit auch ja auch relativ schnell wieder vorbei ja so neben dem fahnenkreuz hat man so drei punkte könnte man sagen gesehen das mit den punkten ist folgendermaßen aufzufassen wenn man steht oder wenn man hockt dann ist man wirklich komplett unsicht oder nicht komplett es gibt noch so ein paar anzeichen wo man erkennen kann wo sich glimps gerade befindet aber man ist so ziemlich unsichtbar hier sieht man auch man sieht sie nicht dann wenn ich mich bewege ja gut im crouch nicht aber wenn ich so wenn ich stehe so leicht gehe dann sieht man sich so leicht wenn ich renne damit sie ein bisschen mehr revealed und der letzte punkt ich habe keine ahnung was der letzte punkt macht ehrlich gesagt aber ja und ich habe auch gerade gemerkt ich habe automatisches sprinten an man sieht sie nur so leicht so ein paar ja so ein bisschen textur wenn sie rennt wird auch die fähigkeit schnell verbraucht und man sieht sie halt total und wenn sie hockt ist sie halt wirklich so ziemlich unsichtbar so und wenn die wenn die energie leer ist wird sie natürlich wieder revealed so dann was kann ich noch zeigen wenn ich schieße also ich kann hier nicht anvisieren ähm und wenn ich schieße dann wird die fähigkeit erstmal wieder deaktiviert und das ähm macht so ein bisschen geräusch also da hört man so ein leichtes geräusch wenn sie die fähigkeit deaktiviert oder auch aktiviert und ähm es dauert auch so ein bisschen bis ich dann wieder schießen kann jetzt hier zum vergleich ich aktiviere sie so jetzt warte ich jetzt deaktiviert und ich drücke sofort die schusstaste jetzt sie fängt halt erst ein bisschen später an zu schießen ist wichtig zu wissen wenn man mit ihr spielt so dann wenn man schaden erleidet wird die energie auch reduziert sieht man das hier ja da sieht man es da geht die energie auch weg und ja gut da bin ich zuerst gestorben ähm ja ok aber man hat gesehen wenn man schaden erleidet wird die energie auch reduziert und ja ähm was vielleicht warte wo war ich jetzt ich hab mir das nämlich alles hier rausgeschrieben genau also ähm man hört halt wenn sie hier die fähigkeit aktiviert oder hier beim laufen dann hört man auch so ein leichtes summen das hören gegner auch und wenn sie ähm die fähigkeit wieder deaktiviert hört man ganz genau hin dann hört man auch dann hört man auch so ein ganz lautes surren das hören die gegner auch und ähm ähm das ist halt so ein anhaltspunkt ähm an dem man so leicht erkennen kann wo sie glimps gerade so ungefähr befindet ähm dann dann gibt es noch was zu sagen was wichtig zu wissen ist ähm wenn man jetzt hab ich ihn grad gekillt ja ähm wenn man gegen einen gegner kämpft der ähm einen selbst revealen kann das heißt wenn ein dallas im gegner team ist oder ein seeker oder ein talon dann ähm wird man von deren fähigkeiten revealed das heißt wenn talon jetzt hier ähm schnippst und seine fähigkeit einsetzt ähm würde er mich revealen auch wenn ich hier äh den tarn umhang aktiviert hätte würde der gegner trotzdem meine umrisse so rot umrandet sehen er würde mich selbst nicht sehen aber die roten umrisse würde er wirklich sehen wie halt bei einem normalen reveal auch ähm beziehungsweise wie hier bei den trackerpatronen so würde es hier aussehen ja so würde mich hier dallas sehen wenn er seine fähigkeit aktivieren würde äh der einzige unterschied wenn ich halt unsichtbar wäre würde er äh nur die ähm roten umrisse sehen aber das reicht ganz ehrlich das reicht wirklich das reicht wirklich aus ähm um den kill zu erzielen ähm dann äh ja wie gesagt ähm hier bei der fähigkeit wenn man so rumrennt hört man auch so ein leichtes surren und auch die ähm Schritte äh die sie so macht hört man auch und wenn sie die die fähigkeit wieder deaktiviert hört man auch dieses geräusch da anhand dessen kann man halt so ungefähr abschätzen wo sich glimps befindet äh genau die energie füllt sich halt mit der zeit wieder auf und man muss auch nicht warten bis die ähm energie wieder komplett voll ist ähm ähm man muss halt nur so lange warten bis ähm dieser eine kleine strich da überschritten ist so jetzt lade ich wieder auf der strich ist voll ich kann wieder die fähigkeit einsetzen so jetzt warte ich bis die fähigkeit über dem strich ist da ist es und ich kann sie einsetzen und bin wieder da ähm so so viel zur fähigkeit ja die passive fähigkeit kann ich jetzt hier leider nicht zeigen das ist so ein bisschen so ein spinnensinn wie in spider-man hat wenn es marvel fans unter euch gibt was bestimmt der fall ist ähm und die fähigkeit sieht so aus wenn sich ein gegner in der nähe befindet sieht man hier ähm über dem fadenkreuz so ein paar orangene pfeile die einem sagen ja okay in der richtung ist ein gegner pass auf ja kann ich jetzt hier nicht zeigen müsste man eine runde dafür spielen aber aber ich glaube nicht dass ich hier am public test server noch in der runde komme muss ich ganz ehrlich sagen ist zwar schade aber ich glaube nicht dass ich das noch schaffe dann hat sie ein neues gadget bekommen und zwar die erschütterungs rauchgranate hier äh eine maßgefertigte maßgefertigte rauchgranate die beim aufprall detoniert dann mit dem ersten upgrade erhöht die dauer der erschütterungsgranate das heißt längerer rauch und beim zweiten kriegt man noch eine zweite dazu ich hole mir einfach alles weil es jetzt nicht unbedingt einen großen ja wobei für das erste upgrade vielleicht habe ich jetzt ja okay ähm das ist so eine granate die explodiert wirklich beim aufprall das heißt ähm das ist nicht so wie die normale rauchgranate die normale rauchgranate die jetzt so ähm ein saint zum beispiel hat die wirft man und je nachdem wie lange man sie gehalten hat beziehungsweise wo sie liegt dauert es erstmal so ein paar Millisekunden bis die hoch geht diese rauchgranate hier explodiert auf beim aufprall ähm das heißt die kann man auch nicht wie die normale rauchgranate hier mit bande spielen kann man bei der nicht machen die explodiert wirklich da wo sie hingeworfen wird so eine so wie eine semtex nur bleibt sie halt nicht kleben sondern die geht halt direkt hoch hier kann man hier so zeigen boom und da ist der rauch das ist wirklich der normale rauch den man halt bei einer rauchgranate auch hat einziger unterschied sie detoniert sofort bei aufprall so dann hier noch mit bisschen längerem rauch und noch einer zweiten hier die kann man halt so schnell irgendwo hinwerfen wenn man irgendwo eine zone vielleicht kurz abdecken will ich weiß noch nicht so ganz wie sich das mit der mit fixers fähigkeit verhält werden wir dann in den runden wenn das update dann draußen ist noch sehen so ähm aber ist auch ganz nützlich wenn man mal so schnell flüchten muss ja wenn man so hier angeschossen wird und man muss schnell weg dann werfen sie schnell vor den boden vor sich und macht so ein bisschen schlangenlinie duckt sich flüchtet hinter ein obstacle schießt vielleicht noch ein bisschen nach ist ganz nice ist ein nice gadget ähm wird auf jeden fall auch sehr sehr lustig sein das ähm dann in den runden zu sehen kann ich euch jetzt kann ich euch hier jetzt leider nicht zeigen schätze ich ich meine ich werde natürlich versuchen in der runde zu kümmern aber ich habe da keine hoffnungen so hier samtags weg damit okay ich habe gerade kurz probiert wenn man die fähigkeit aktiviert hat muss man auch erst sie erst auch deaktivieren und warten bis sie wirklich deaktiviert ist bis man das gadget einsetzen kann ist ganz interessant ja man kann aber oh das ist gut das ist eine gute taktik den rauch wohin werfen fähigkeit aktivieren und da so ganz langsam durch den rauch gehen und die gegner überraschen dabei dann muss man erst wieder die fähigkeit deaktivieren ja da muss man erst noch ein bisschen erfahrung mit sammeln dann gibt es das project saint das initiiert wird wurde je nachdem wie man will und das sieht folgendermaßen aus das project saint umfasst ähm mehrere punkte unter anderem wird es mehr meisterungsbelohnungen geben ähm kann ich euch auch kurz mal zeigen für zeit ist es halt so dass man ähm ist es halt so dass man hier ähm bei den meisterungen hier bis zu meisterungsstufe 5 belohnungen kriegt und dann halt bis zu hier stufe 10 nichts mehr das wird geändert man bekommt jetzt auf stufe 6 und 7 jeweils eine belohnung ich habe jetzt nicht mehr im kopf wie aber ich glaube auf stufe 6 bekommt man jetzt aber nicht nur bei games also sondern bei jedem agenten äh da bekommt man auf meisterungsstufe 6 einen animierten avatar und auf stufe 7 ein animiertes banner im jeweiligen agenten stil und dass das ist schon echt nice weil hier das ist sehr leer hier und das macht das meistern von agenten dann auch noch ein bisschen äh 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 hier erstrebenswerter sag ich mal und das das ist ähm denke ich ne gute äh änderung ja dann gibt's gibt's so ein paar ähm quality of life äh änderungen paar bug fixes ähm ähm genau das ähm Schießverhalten beziehungsweise das Feuerverhalten von ähm Waffen wird ähm unten rechts angezeigt ich zeig euch das auch einfach nochmal so sorry für den kurzen cut ich hoffe man hat's nicht allzu stark gemerkt ähm ja ähm das Schießverhalten von Waffen wird unten rechts angezeigt hier sieht man schon die Executioner daneben steht halbautomatisch ähm ja das heißt ich kann so schießen bum 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 und wenn ich jetzt hier eine äh LMPX mir hole da sieht man da auch automatisch ähm schießt halt auch halt auch wirklich ganz schnell bei einer DMR würde jetzt hier ähm ebenfalls halbautomatisch ähm stehen und ähm das wurde einfach ähm hinzugefügt damit man ähm ein bisschen leichter erkennen kann was für eine Waffe man jetzt vor sich hat zum Beispiel in Battlezone ähm wenn man da jetzt zum Beispiel eine Striker vor sich liegen hat dann denkt man vielleicht im ersten Moment okay ist eine ähm hier ist so wie eine eine Maw zum Beispiel oder eine Conviction eine Schnellfeuerung also eine Waffe mit viel Munition und schnellen Schüssen ist aber eine Shotgun und das wird einfach ähm jetzt angezeigt und ist ein bisschen äh macht es ein bisschen leichter Waffen zu also einzuordnen in ihrem Schießverhalten so dann sieht man hier auch schon bei DMRs gibt es jetzt ein neues Fadenkreuz das ist hier so ein runder Kreis mit einem Punkt drinnen ähm und der ist auch sehr genau und ich muss ganz ehrlich sagen der Kreis der gefällt mir sehr gut ja also den mag ich sehr sehr gerne ähm mit dem kann man auch relativ genau zählen ist eine schöne Änderung ja bringt ein bisschen Innovation ins Spiel so ähm ja neues Fadenkreuz so dann wenn ja gut das kann ich jetzt hier auch nicht zeigen aber ähm es ist ein bisschen erkennbar geworden und man fühlt sich ein bisschen besser wenn man die Rüstung von dem Gegner durchbricht also wenn man wenn Gegner jetzt hier in irgendeinem Modus Rüstung hat und man die ähm ihm wegschießt dann sieht man es leichter ähm es gibt auch ein bisschen ähm bessere ähm Animation zur erhöhten Ersichtlichkeit dass die Rüstung halt weg ist ähm also wenn sie durchbrochen ist das erkennt man leichter und ganz ehrlich man fühlt sich man fühlt sich auch ein bisschen besser wenn man es so klar vor sich sieht dass die Rüstung dann weg ist ähm und es wird auch eine neue Mechanik geben und zwar wird man Spieler ähm blockieren können ja ähm das heißt wenn man den Spieler blockiert werden sie automatisch wenn man zufälligerweise doch noch mit ihm in eine Runde kommt äh dann werden sie automatisch ähm gemutet also automatisch stumm geschalten ähm wenn sie einem selbst eine Freundschaftsanfrage schicken wird die automatisch abgelehnt und wenn sie einen ähm in der Runde einladen wird das auch automatisch abgelehnt das bekommt man auch selbst gar nicht mehr mit dass man da hier irgendwo hin eingeladen wurde es wird einfach automatisch abgelehnt und fertig ihr bekommt das dann auch nicht mehr mit ähm ähm die tägliche Mission wo man ähm hier äh vier Matches gewinnen muss die ist jetzt nicht mehr so präsent wie früher und man man sieht hier vielleicht auch schon da sieht man auch ähm schon so ein paar andere ähm Mission Challenges die man hier abschließen kann hier gibt in Matches 50.000 aus das ist neu oder hier versuche verursache 2000 Schaden mit Präzisionsgewehren ähm wenn man das hier wechselt verursache 2000 Schaden mit Schrotflinten ähm da werden auch da wurden jetzt ähm ein paar neue Aufträge hinzugefügt einfach dass man ein bisschen mehr Abwechslung hat und ähm ja diese ähm Challenges sind auch in drei Stufen eingeteilt es wird ähm Easy Medium und Hard Challenges geben also es wird leichte Challenges geben so wie ich ich nehme an hier gewinne zwei Matches das wird hier zum Beispiel so eine leichte Challenge sein denke ich schätze ich nehme ich an dann wird es Medium also ähm Challenges mit mittlerer Schwierigkeit geben hier das was könnte das sein hier gewinnen Matches 50.000 aus vielleicht oder 2000 Schaden mit Schrotflinten vielleicht äh ich bin mir da auch nicht sicher und dann wird es noch ähm wirklich schwere Challenges geben ähm was das sein wird müssen wir abwarten ähm bis wir es dann wirklich selbst sehen ich kann mir vorstellen dass die Challenge mit dem Präzisionsgewehr nicht ganz so leicht ist ähm dann wiederum sagt hier der XP und Reputations Outcome wieder völlig was anderes äh ja müssen wir dann abwarten bis es soweit ist ähm ähm ja und noch ein paar Bugfixes Bugfixes wird es dann auch noch geben ähm beim Project Saint so dann wird es ein paar Battlezone Änderungen geben ähm 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 die Kisten ähm aus denen man Loot bekommt werden einfach ein bisschen schöner aussehen sie werden ein bisschen mehr Details haben ein paar neue Animationen und ähm äh ja sie werden einfach schöner aussehen dann ähm ähm genau C4 ähm die Kosten von C4 im Modus Battlezone ja nur im Modus Battlezone werden ähm reduziert von 3000 auf 2000 ähm damit C4 einfach ein bisschen häufiger auch gekauft wird und damit man damit man es öfter einsetzt ja finde ich ganz gut billigeres billiges C4 finde ich ganz nice so dann was gibt es noch ähm ähm Friendly Fire wurde ähm reduziert also hier ähm Friendly Friendly Fire in dem Sinn gibt es jetzt nicht dass man ähm einen Teammate anschießen kann aber ähm wenn man hier in Battlezone zum Beispiel ähm ne Semtex irgendwo ein bisschen blöd hinwirft und ein Teammate reinrennt bekommt dann nicht mehr ganz so viel Schaden ähm schon auch noch Schaden aber eben nicht mehr ganz so viel und das Zonendamage in Battlezone wurde reduziert ähm es ist jetzt nicht so weit reduziert dass man hier ewig lang in der Zone rumstehen könnte und sich nochmal ein bisschen heilen könnte und nochmal keine Ahnung Rüstung auffrischen könnte soweit geht es nicht aber ähm der Damage wurde soweit reduziert dass man halt noch einigermaßen gut ähm in die Safe Zone kommt wenn man mal blöd steht und von der Zone überrascht wird ähm und dann gibt es noch eine Neuerung und zwar wird ähm Rüstung wenn ein Gegner jetzt zum Beispiel ne legendäre Rüstung aufhebt und ihr diesen Gegner niederschießt dann droppt der die Rüstung die bleibt auch dann wirklich dort liegen wo der entsprechende Gegner den ihr niederschießt ähm halt down geht da wird ähm die Rüstung gedroppt und dann könnt ihr schnell hinrennen und euch die Rüstung snacken dann habt ihr auch die jeweilige Rüstung voll aufgeladen ist auch ähm ein ziemlich gutes äh eine ziemlich gute Neuerung auch eine ziemlich gute strategische Neuerung ähm da kann man jetzt auch so ein bisschen ähm mitspielen wenn man jetzt einen Gegner schießt er schießt und er schießt einen selbst an fügt einem selbst Schaden zu zerstört die eigene Rüstung und ähm wenn man ihn dann halt niederschießt und man sieht er hat eine legendäre oder sogar eine mythische Rüstung dann kann man da schnell hinrennen sie aufheben dann hat man die und ähm dann geht's auch schon wieder ab also das ist eine wirklich schöne ähm Erneuerung hier ähm bei der Nightshade sieht man auch unten rechts gerade noch kurz zu den ähm zu der Erkenntlichkeit der Waffen hier Nightshade ist eine automatische Waffe P12K eine halbautomatische ist ganz schön zu sehen ähm ja das war das mit der Rüstung ähm hm 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 okay dann wird es noch ähm ein paar Änderungen zu Rogues geben also zu Änderungen zu Änderungen zu Agenten so unter anderem ähm ähm gibt es eine Änderung bei Sigrid Sigrids Fähigkeit das Schild ähm wird um 15% größer gemacht ähm und der Schild Dash also dieser Nahkampfangriff den man so einsetzen kann wenn man das Schild draußen hat ähm macht jetzt 50 Schaden pro Hit pro Hit und ähm die passiven Fähigkeit bei der man ähm in der Hocke ein bisschen schneller ist äh die wurde auch noch ein bisschen ähm ähm erhöht äh dass man halt im Crowdspiel noch mal ein bisschen schneller ist als zuvor ja dann gibt es eine Änderung bei Why Why's Fähigkeit wird so ein bisschen geändert man bekommt immer noch ähm also das dass man von den Giftpfützen jetzt Leben bekommt das ist jetzt eine ähm ähm das ist jetzt in der Fähigkeit mit inbegriffen hier sieht man auch erzeuge mehrere äh erzeuge mehrere Giftpfützen die gegen einen Teil der Maximalen Gesundheit stehlen das impliziert dass sie ähm die Gesundheit einem selbst hinzugefügt wird das ist jetzt hier bei der Fertigkeit drin und die passive Fähigkeit das ist jetzt was ganz Neues Blutsauger Patronen ein Teil des von dir mit Feuerwaffen verursachten Schadens wird dir bis zu einem Maximum von 125 als Bonus auf deine maximale Gesundheit gutgeschrieben das heißt wenn man mit Why jetzt ähm wenn die Gegner anschießt bekommt man pro Schuss ein paar Leben dazu ähnlich wie die Leben bei Umbra ähm und das sind auch hier diese grünen Leben und wird man euch auch sehen wenn ich hier jetzt einen anschieße achtet hier unten links jetzt habe ich noch 100 Leben 103 106 110 114 117 120 da gibt es auch einen Unterschied ob man Headshots macht oder Body Shots Körpertreffer gibt 3 Leben dazu ein Headshot 4 bis zu einem Maximum von 125 ähnlich wie die passive Fähigkeit passive Fähigkeit von Umbra ja so eben bis zu einem Maximum von 125 und dann hört das auch schon auf dann ähm gibt es etwas was ich jetzt hier leider nicht zeigen kann ähm weil es auf dem Public Test Server nicht funktioniert es gibt ein neues ähm Shop Sortiment ähm es wird geben einen neuen Switchblade äh Skin wo sie so ein schwarzes Kleid hat und einen grünen Erokesen als Frisur hat so ein bisschen Punk Style passt sehr zu Switchblade ähm dann wird es geben einen entsprechenden grünen schwarzen Raketen Rucksack und einen grün schwarzen Waffenskin alles so was halt so zu dem neuen Switchblade Skin so einigermaßen dazu passt ähm und dann wird es einen neuen Sigrid Skin geben einen neuen legendären Sigrid Skin ähm einen einen ja Mecha Sigrid Skin könnte man sagen kann ich leider nicht zeigen der sieht aber wirklich richtig richtig gut aus ähm ich werde euch die ähm äh die Update Show ähm in der Beschreibung verlinken seht da rein wenn ihr die Skins äh sehen wollt ich kann sie euch hier leider nicht zeigen ich kann sie euch erst zeigen wenn das Update dann wirklich ähm ähm da ist ähm dafür davor müsstet ihr halt mit der Update Show ähm euch begnügen ich werde sie aber sowieso in der Videobeschreibung verlinken auch in der Infocard so dann wird es einen neuen Ronin Skin geben wo sie halt so ein rotes äh asiatisch angehauchtes Kleid ähm anhaben wird sieht auch richtig ähm richtig cool aus und ähm sie wird auch dementsprechend auch einen neuen Waffen Skin bekommen der zum Kleid passt und auch einen neuen Hoverboard Skin ähm ähm und ja ähm ach ja genau dann wird es noch einen neuen Skin geben einen Castrol Skin der ist so lieb so lila ähm aber gut wenn man die Past Hexe hat ähm braucht man diesen lilanen lilanen Castrol Skin jetzt nicht unbedingt aber wer die Past Hexe nicht hat und sie auch nicht bekommen wird warum auch immer ähm da kann sich den lilanen Skin für Castrol holen ist ein ganz schicker Skin und es wird auch so einen lilanen Waffen Skin geben ja äh äh des weiteren werden bei Release auch noch so ein paar äh Emotes hinzugefügt die muss ich jetzt nicht extra durchgehen oder beziehungsweise die werde ich dann durchgehen wenn das Update draußen ist und bei Release wird ähm Glimpse die neue Agentin ähm ähnlich wie auch ähm wie auch Umbra als er hinzukam oder auch wie auch Canon als er hinzukam wie auch ähm hier Chark als er hinzukam wie Seeker als er hinzukam wie Castrol als sie hinzukam äh die bekommen halt bei Release direkt einen Skin ähm den man im Shop für ein paar Rogue Bugs oder 15.000 Reputation äh sich holen kann werde ich mir auch ähm holen für Reputation ja nicht für Rogue Bugs diese Skins hole ich mir immer für Reputation ähm werde ich mir auch für Reputation holen und ähm ähm ja das ist auch so ein ähm roter Skin da hat sie auch nicht mehr diesen Poncho an oder diesen Umhang diesen Tarnumhang äh der fehlt bei ihr dann aber dafür hat sie so ja einen roten roten Anzug und rote ähm Haare also leicht rote Haare und ähm ich muss ganz ehrlich sagen mit dem Skin erinnert sie mich äh ganz stark an ähm hier wie heißt sie jetzt oder wenn man die beiden Skins den normalen und den roten nebeneinander stellt wenn man sich da jetzt so einen nahtlosen Übergang bei vorstellt dann erinnert sie mich ganz stark an äh hier Mila Jovovich im Film Ultraviolett falls euch das was sagt äh falls nicht ist so ein ja bisschen Sci-Fi Film Action Film klar ähm und an das erinnert sie mich so ein bisschen so dann haben wir das bisschen was hab ich euch noch zu erzählen unter anderem mhm ähm gibt es eine schöne kleine Voraussicht auf Jahr 2 Jahr 1 von Rogue Company ja geht dem Ende nahe ähm was wir aber schon wissen ist dass eben Project Saints weiter ausgebaut werden wird in Jahr 2 von Rogue Company ähm im Ranglistenmodus wird es ähm ähm ne neuen ähm Modus geben und zwar bisher war es ja halt so dass man im Modus Rangeliste nur ähm hier Zerstörung hatte jetzt gibt es noch King of the Hill äh im neuen Ranked Mode und im neuen Ranked Mode wird es auch keine Klone geben ähm nicht so wie in Battlefield 2042 hust hust zwinker zwinker ähm es wird im neuen Ranked Mode keine Klone geben das heißt wenn ihr den neuen also im Jahr wenn ihr in Jahr 2 den Rangelistenmodus spielt bis dahin sind ja auch noch wie viel 30 Tage glaube ich hier 32 ähm wenn ihr im Modus im Ranked Modus äh keine Ahnung Ronin nimmt dann kann Ronin keiner von den Gegnern nehmen also wenn ihr sie schnell erhascht dann kann keiner der Gegner Ronin nehmen oder wenn zum Beispiel einer von den Gegnern hier Anvil nimmt dann könnt ihr selbst Anvil nicht mehr nehmen ähm dann wird wird halt auch ein bisschen so taktisches Spiel bisschen ähm hervorgehoben ähm wodurch man halt so ein bisschen abschließen muss so was hat der Gegner was hab ich wie spiel ich jetzt wie konter ich das was der Gegner hat ähm wie konter ich eine Lancer hier zum Beispiel mit einem Dallas mit der Revealfähigkeit oder mit einem Seeker äh die sie halt revealen können oder auch eine Glimpse ähm oder wie äh konter ich einen Anvil ja so jemanden würde man zum Beispiel mit EMP äh Granaten von Dima kontern oder mit ähm mit ähm mit dem Hack von Glitch ja und ähm ähm das ähm hebt ähm das strategische Gameplay auch noch so ein bisschen an finde ich richtig gut finde ich richtig richtig gut dann wird in Jahr 2 daran gearbeitet werden dass man Waffenskins wieder individuell vergeben kann zur Zeit ist es halt so dass man ähm Waffenskins pro Waffe vergibt also hier pro also hier wenn man hier einen Baseballschläger äh keine Ahnung den Vector-Skin gibt das ist dieser schwarz-grüne mit den grünen Linien dann hat den Skin jeder Baseballschläger Fixers Baseballschläger hat ihn Anvil's Basey hat ihn Glitches Basey hat ihn ähm Switchblade's Basey hat ihn Seekers Baseballschläger hat den Skin und Trenches Baseballschläger hat auch diesen Skin früher war es halt so dass man pro Waffe pro Rogue einen Skin ausrüsten konnte ich kann mich da noch erinnern das hatte ich so gut gemacht ich habe halt mir so überlegt ja hier Ronin ist ein bisschen der Rogue der gebe ich einen ähm einen roten Katana Skin dann Bai bekommt von mir einen grünen weil sie auch die Giftfähigkeit hat ähm Talon bekommt von mir so ein bisschen wie bei den Jedis auch so einen blauen unter Anführungszeichen Lichtschwert-Skin wenn ihr wisst wovon ich rede ähm und so könnte ich hier halt so ein bisschen Variation reinbringen reinbringen jetzt geht das halt nicht mehr leider ähm jetzt muss man hier wirklich bei den Waffen pro Waffe einen Skin ausrüsten der dann für jeden Rogue der die Waffe hat eben für die Waffe für die Waffe zählt ähm und in Jahr 2 wird daran gearbeitet werden das heißt nicht dass es ähm bei Year 2 Launch schon soweit ist aber im Jahr 2 wird man daran arbeiten dass ähm man Waffenskins wieder individuell pro Rogue ausrüsten kann ähm das heißt es wird nicht bei Release Instant so sein da wird man erst noch daran arbeiten und es wird halt im Laufe von Jahr 2 dann irgendwann zu dem Punkt kommen wo man Waffenskins wieder individuell ähm ausrüsten kann so aber bis dahin bis hier bis Jahr 2 sind ja aber auch noch 30 Tage also ein ganzer Monat bisschen mehr sogar noch und ähm dann wird auch erst daran gearbeitet werden das erwähne ich jetzt noch explizit es wird nicht ähm ähm bei ähm Jahr 2 Release schon soweit sein da wird man erst noch daran arbeiten dass es in Zukunft irgendwann soweit ist so dann ähm 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 Teammates werden wenn sie durch einen Systemfehler zum Beispiel oder einen Verbindungsfehler oder durch einen Rage Quit wenn die aus dem das Match verlassen werden die ersetzt durch andere Spieler ja die werden durch andere Spieler ersetzt die gerade in den Cue reingehen ähm hierbei wird es aber auch nicht so sein dass man zum Beispiel in der letzten Runde von keine Ahnung in einem Ranked Mode wenn man da in einem Ranked Mode zujoint dann wird es nicht so sein dass man in der letzten Runde dazu gejoint wird ähm es wird klare Zeitpunkte geben ab denen man dann in einem Match nachjoinen kann ähm damit es auch ein bisschen erträglicher wird dass man nicht hier irgendwie keine Ahnung in der letzten Runde Strikeout äh reingeschmissen wird und dann nur eine Runde Strikeout spielen kann und dann das Spielgeschehen auch fast nicht mehr beeinflussen kann oder wenn es halt hier keine Ahnung äh in was haben wir Battlezone wenn es da 3 zu 3 steht und nur noch die vierte Runde für einen Punkt gespielt werden oder fünfte Runde für einen Punkt gespielt werden muss ähm dann wird man da nicht reingeschmissen werden so wird es nicht sein da wird man darauf achten dass man halt wirklich in eine Runde reinkommt in eine Runde hinzu joint in der man auch ein bisschen ein paar mehr Runden spielen wird und ein bisschen was auch mit beeinflussen kann so ähm ähm dass man so in Matches rein joinen kann wird auch in normalen Spielmodi in Versus Spielmodi so sein oder auch in zeitlich limitierten Spielmodi nicht im Ranglistenmodus in Ranked wird es nicht so sein und ähm ähm ja man kann halt auch nicht in der letzten Runde zum Beispiel irgendwo rein joinen in der Runde das wird nicht so sein dann gibt es noch einen Map Reveal ähm werde ich auch noch extra ähm verlinken in der Infocard und in der ähm Videobeschreibung äh es gibt noch eine Map eine neue Map Meltdown äh das ist so eine Map die Eis und Lava so kombiniert ist eine coole Kombination keine Innovation gibt es schon lange ich sag jetzt nur Mario Galaxy mit der Eisfeuer Galaxie richtig nice ähm aber ist eine richtig richtig gute Kombination und ähm mir sind bei dem Map Reveal auch so ein paar kleine Details aufgefallen unter anderem ein Extraktionspunkt ja so ein Extraktions Cube hab ich da gesehen könnt ihr euch auch ansehen wenn ihr das Video euch ansieht und so ein Piliatisch und richtig coole Detail des Pflanzen Lava Eis mega nice und ich hab noch eine richtig richtig lange äh zipline gesehen ja die zipline des Todes sozusagen wenn man die nimmt ähm über so eine Lava Grube und könnt ihr auch könnt ihr auch in dem ähm Map Trailer ansehen werde ich auch verlinken ähm ähm und das ist so eine Map die wird richtig auch ein bisschen richtig gute Innovationen reinbringen auf der einen Seite der Map wird man so ein Areal haben wo man ähm auf kurze Distanz reingehen kann wo man mit einer Lancer gut abgehen kann womit wo man mit Shotguns und mit Maschinenpistolen eben auf kurze Distanz richtig gut abgehen kann und auf der anderen Seite der Map wird so ein Areal geben wo man mit ähm hier DMRs und Sniper oder Scharfschützengewehren auf lange Range richtig gut was machen kann ist ganz nice so oh man 50 Minuten das ist mal ein Update Video oder ein ja Informationsvideo zu RoCompany ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst euch lasst es mich wissen mit einem Abo mit einem Like mit ähm einem Kommentar ähm und wenn es euch gefallen hat dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein wo wir wieder eine Runde spielen werden bis zum nächsten Mal Ciao